Gut, wie viele zwei haben wir noch? Ich würde aber gerne die drei eigentlich noch heilen. Das mache ich auch, aber ich mache... Ach, mache ich das? Ne, das kann ich auch offscreen machen. Ich renne einfach mal hier raus und wir sehen uns dann jetzt sofort wieder. So, ich habe mich geheilt und meine Pokémon sind wieder so gut wie neu. Jetzt frage ich mich nur, wo ich noch hingehen kann, wo noch ein paar Trainer rumhocken. So, hier, den hatte ich... Den oberen, den hatte ich noch nicht. Das weiß ich. Du da, komm, kämpf. Ne, 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 jetzt ist der Meister zurück. Ja, super. Und wir können den Arena-Leiter auch nicht sehen momentan. Ja, ja, es ist eine große Überraschung. Komm, ihr wisst das sowieso schon alle. Aber ich würde es trotzdem nicht sagen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich einen Zuschauer oder so, der echt das Spiel noch nicht so kennt und den achten Arena-Leiter nicht kennt. Und bei dem Zuschauer, den will ich nämlich dann überraschen. Ja, wobei ich eigentlich dran zweifle. Ich denke, jeder von euch weiß, wer der letzte Arena-Leiter ist. Ja, komm, super, Trank. Du weißt so genauso wie... So wie ich das, was dir nix bringt. Komm schon, weg damit. So, ich bin wieder fast ganz aufgefüllt. Er greift mich immerhin noch weiter an. Aber ist mal Psychokineser, AP-Sparen. Und das war Pokémon Nummer 1. Nächstes kommt dann Nidorino. Ey, 5 Viecher, wirklich. Aber die sind schon stärker, auf jeden Fall. Sie können meine Pokémon umnieten. Sieht man ja schon. Deswegen. Jetzt kommt aber auch nicht mehr so viel. Jetzt kommt die Arena halt. Dann geht's zur Liga. Siegelstraße, da werden noch starke Trainer hoppen. Und, naja, dann kommt die Liga. Es geht wirklich langsam geht's nach vorne. Also, sehr viele Parts. Aber langsam nimmt das doch bald sein Ende. Natürlich geht's nach der Liga noch ein bisschen weiter. Oder? Ich weiß nicht mehr. Ehrlich gesagt, ich hab nicht mehr so viele Erinnerungen. Was so nach der Liga noch alles mich erwartet. Sehen wir ja dann. Oh, Nidorkin. Dich mach ich fertig. Okay, es brennt. Es darf zwar noch angreifen. Mit Energiefokus. Aber ich spekulier drauf, dass es jetzt die Runde nicht mehr überlebt. Ja. 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 Jetzt kommt so was hier. Und, ach, das mach ich locker fertig. Fehlhorn. Kommt schon. Ab in den Boden. Ja, ja. So nix mehr Masse rund ja auch nix mehr. Wow. Ich hätt nicht gedacht, dass das... Ah nein, jetzt kommt der Felswurz. Ich bin ruiniert, oder? Ja, der macht mich eventuell schon fertig. Ja, mach mich fertig. Wow. Ah, geil. Ich überlebe. Gleich nochmal, Schaufler. Boah, das... Scheiße, ey. Das war ja mal richtig knapp. Der hätte auch einfach im vierten Treffer noch landen können. Und dann wäre die Sache gegessen, ne? Oder fünf, naja. Also, bis zu fünf. Aber der vierte hätte mich auf jeden Fall getötet. Ist aber schön, dass ich das überlebt habe. Wobei... Hm, dann da mal wird mich doch wohl fertig machen, oder? Ja, ich will jetzt mal kein Arsch sein. Ich weiß, ich... Ich geize immer in dieses Spiel mit Items richtig rum. Aber ich mach doch hier mal eine Ausnahme. Und geb dir einfach einen Hyperdrank. So, das dürfte nicht... Ja, zieht wenig ab. Dachte ich mir. Wenn ich ihn jetzt mit einem Schlag besiege, dann... Nein. Okay, ich hätte ihn einfach mit einem Schlag besiegen können. Ich hätte ihn gar nicht mal heilen müssen. Wow. Das ist so scheiße. Aber ich hab ja gut trainiert. Ein bisschen, ähm... Relaxe darf dahin. Und dann gehe ich weiter. Ich glaub, es erwarten mich gar nicht ganz schön viele. Hier oben kann ich hier noch lange... Ich glaub, da war ich noch nicht. Du. Oh, ich bin der Karatekönig. Ja. So, dann zeig mal Eugen. Weißt du, die anderen haben so japanischen Namen? Und der Typ ist der Eugen. Der Eugen, der mag gerne... Angeln und... Sonnenuntergänge. Ich mag den Eugen. Der Eugen ist der Beste in... Ey, cool, neues Level. Ne, ich würde den Satz mit dem Eugen gar nicht mal vollenden, weil... Ich wüsste gar nicht jetzt, weil ich sagen soll, wo drin der Eugen der Beste ist. Ne, ich weiß es nicht. Es war jetzt einfach improvisiert. Ah, der Eugen, der ist so ein sympathischer Kerl. Ich glaub, ich wünschte, er sollte mir mal ne Schokotorte backen. Schokotorte backen? Torte backen wir noch nicht. Kuchen. Schokokuchen backen. Ja, das mein ich. Ja, oder... Ja, doch, die Torte ist doch... Ja, die Torte ist kein Kuchen. Kuchen ist was anderes als Torte. Weil Torte nämlich was anderes ist. Weil Torte wird nämlich kalt gegessen. Und ich glaub, mit dieser Creme-Füllung war das, ja? Creme-Zeug. Und Kuchen. Kuchen ist so richtig, ja. Kuchen, den man in den Ofen schmeißt und backt. Ja. Deswegen macht das schon einen großen Unterschied, ob ich jetzt ne Torte backe. Ich meine, manche Sachen kann man einfach nicht backen. Eis. Oh nein, oh nein. Ah, das hat weh getan. Das fand ich jetzt ein bisschen unsympathisch. Von Maschok. Ich finde, den Schaden sollte er mir bezahlen. Alles klar. Und weg damit. Ja, 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 ja. Erfahrungs-Bla-Bla-Bla. Okay. Das war ne Aussage. Cool. Dann. Ich glaub, dann hab ich die alle besiegt, oder? Dann geh ich jetzt direkt drauf? Oder geh ich mich nochmal heilen? Echt gesagt? Ach, egal. Nee, ich komm. Nein, 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 nein. Ich geb den einfach mal ein paar Items. So, hier einmal. Ja, halt den nicht ganz. Ist mir aber auch ein bisschen egal. Ich hab da auch normale Tränke, oder? Hab ich einfach noch Trank, sowas? Trank? Besitz ich soweit nicht? Oder hab ich sie einfach mal sehen? Da oben? Nee. Trank? Egal, kein Trank für mich. Dann hier, füllen wir den nochmal. Eigentlich hätt ich lieber einen Trank gehabt. Aber gut. Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Dann gehen wir doch jetzt mal zum, äh, mysteriösen Arena-Leiter. Und, äh, ich mach mal vorher schon ein Safe-Set. Weil ich ein Schüster bin. Und dann erwarten wir. Oh Gott! Giovanni! Du bist der Arena-Leiter! Haha, willkommen in meinem Geheimversteck. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstellen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespielt. Also gut, dieses Mal kenn ich keine Gnade. Ich, Giovanni, der größte aller Trainer. For Revanche. Revanche? Äh, Rollen, da ist er. Ja, das ist er, Giovanni. Ja, der kriminelle Giovanni, der ist offizieller Arena-Leiter. Also, und dann noch der Herbste von dem. Der Letzte und der Stärkste. Das hätte wohl keiner gefasst. Das ist schrecklich. Ich weiß nicht, ob mir jetzt der Lax so sehr gut geeignet ist. Aber doch, ich komme eigentlich gut klar gegen Rihon mit dem. Er wird für welchen dann aber gleich auswechseln, weil er seine Initiative gewendet hat. Und das ist nicht schön. Wow, Rdbeben. Rdbeben's hart. Gib dir nicht am Ende, wenn ich gewinne, dann Rdbeben als TM? Das wäre geil. Rdbeben's einmal Lieblingsattacken. Weil Rdbeben richtig gut ist. Das nächste wird Nidoqueen eingesetzt. Willst du das Pokémon wechseln? Durak. Weil ich denke, dass Rdbeben so gut gegen Nidoqueen ist. Und das ist gut, ja. Absolut. Gut. Habe ich denn jetzt jemanden? Moment. Moment mal, mir fällt gerade was auf. Habe ich überhaupt irgendwo, wo man das jetzt surfen kann? Jetzt kann mir ja niemanden mehr surfen. Was mache ich denn jetzt? Fällt mir gerade auf, weil ich irgendwie... Ach egal, übrigens, ähm... Äh, wie heißt der? Draco-Nir war er einfach. Draco-Nir kann das werden, das weiß ich noch. Ich hab's mal vorhin in den Kampf gemacht, weil das... ...nämlich gut ist. Und ist voll gut geeignet. Ähm, ach egal, komm, mach mal Draco-Nir und Windhose. Weil ich will Glor bestimmt nicht gegen einen Reion kämpfen lassen, weil ich wette, es setzt uns Felswurfe ein und dann mich am Arsch. Alter, Level 50, das ist mal hart. Bei Pokémon, ähm, Gold, Silber, Kristall, Hard, Gold, Zoll, Silver. Zoll, Zoll, Silver. Ja, da ist dann, ist das stärkste Pokémon vom Liga-Typen hier, vom, der Meister, Pokémeister hier, der Ligamann, äh, auf Level 50. Und hier ist dann schon der 8. Arena-Leiter. Also mein Liebermann. Also, sieht man ja echt schon, äh, da sind die schon ein bisschen niedriger gelevelt, ein bisschen. Wobei natürlich auch die Nach-Story nach der Liga natürlich viel größer ist als in diesem Spiel. Ich mein, bei Rot und Blau gab's hier gar keine Nach-Story, ja? Und gelb. Ich hab's ein Liga und fertig, mehr gab's nicht. Das hat man hier noch fast, ne, ich sag mal nicht ganz, ich sag mal, ein Drittel des Spiels findet ja erst nachher noch statt. Also etwa von der Zeit, Geschwindigkeit, wann man's durchspielt. Und, ach, komm, ey, jetzt sieh doch mal deine Niederlage ein, Rihorn. Statt irgendwelche Tränke zu benutzen. Ich find das scheiße, dass der jetzt zuerst angreifen darf. Dadurch profitiere ich überhaupt nicht vom Zurückschrecken oder so. Und, wow, nochmal und ich bin nur hinüber, oder? Das find ich gar nicht gut. Ja, der hilft mir jetzt auch über, dass der leider überhaupt nicht mehr weiter... Scheiße, äh, macht der's? Ja, der macht's nochmal. Okay, das war's also für Dragonia. Äh, rest in peace. Und dann setz ich... Äh, Relaxo ein. Ja, das mach ich. Weil die drei Kampfvögel da, die sind ja auch... Ach, die setzt sich erst ein, wenn die anderen drei draufgehen. Und momentan sind die Relaxo ein, und die, die ich erst mal auf demselben Level rutschneiden will. Weil, ja, ich hab den Tick, ich will dir alle immer gleichlevelig haben, ungefähr. Deswegen, mal sehen. Vielleicht kommt der... Ach, ja. Der ist nochmal fünf Level, äh, unter seinem Vordermann hier. Kann ich dann schön dick mit Stärke angreifen. Wobei, wie viel zieht Erdbeben eigentlich ab? Okay, viel genug, um mich irgendwann zu töten. Das will ich aber nicht. Aber, äh, mehr als eine Runde macht der ja sowieso nicht mehr in die Hewking. Außer wenn er jetzt hier so einen Scheiß-Krank einsetzt. Ne, macht der nicht. Er greift an. Aber es wird nicht stark genug sein. Ich hab jetzt schon gedacht, dass jetzt kommt so ein blöder Vollzeit von ruiniert mich. Aber es tut es nicht, denn... Warte, jetzt kommt sein letzter, oder? Diktri. Äh. Ja, ich will Durak nehmen jetzt. Ich glaub, Diktri kann keine Riechstein attacken. Wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es aber nicht. Dann, ach, der ist ja erst 42. Wie süß, der ist ja auch weit unter mir. Dann, zack, Flammburg uns besiegt. Sehr schön. Das ist ein gewonnener Kampf. No. Ah, der Kampf war hart. Aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erdorden. Zum Zeichen meiner Anerkennung. Boah, ich verstehe Hinterordnung zurück dazu. Äh, ja, und wir haben Geld gewonnen. Nicht mal zu wenig. Als Träger des Erdordens werden dir alle Pokémon jeglichen Levels gehorchen. Er stellt den Beweis seines Königs als Pokémon Trainer da. Außerdem gewährt ihr dir den Zugang zur Pokémon Liga. Nimm dieses Geschenk mit, äh, lala. Okay, 6... Das ist Erdbeben, oder? Ja. Oh, geil, oh, geil. Ja, ja. Äh, ich war noch... Ich hab sie vor lange Zeit geschaffen, als ich Erfinder hatte, war. Ich hab meinen Meister gefunden. Meine Taten waren schlecht. Ich löse das Team Rocket auf. Von nun an widmen ich mein Leben des Studiums der Pokémon. Vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder. Leben wohl. Und weg ist er. Ach ja, aber warte, eins fällt mir noch einmal. Man konnte doch noch hier. Warte. Ich mich nicht komplett täusche, äh... Ne, ne, warte. Ich hab das auf Select, oder? Ja. Den Detektor. Und dann liegt hier etwas vergraben in einer Arena. Das Macho-Band liegt hier vergraben. Ach, was mach ich denn da? Das Macho-Band ist ein interessantes Item, weil es, äh... Oder was? Das war, ich dachte. Es kann ein... Es fördert Wachstum, aber senkt Initiativen... Ne, dann lass... Dann fühle ich das kacke. Ja, also, ähm... Hat jetzt... Hat der Typ jetzt echt das Team Rocket aufgelöst, weil er diesen Kampf jetzt verloren hat. Unglaublich. Also, der, äh... Giovanni ist jetzt... Hat sich jetzt zum Guten gewendet. Team Rocket gibt's nicht mehr. Und somit haben wir eigentlich schon ganz schön was bewegt. Wir haben eine böse Organisation besiegt. Ja, in der Zukunft wird sie noch weiter kämpfen gegen... Die Menschheit, aber ohne Giovanni. Also, das ist ja dann die Fortsetzung in Gold, Silber. Crystal, Herod, Gold, Sol, Silber. Ich muss alle Namen davon aussprechen. Tschüss. Das ist ja dann... Bis zum nächsten Mal.